Und saß im Weltallstein, ganz heim, still und leise, und ist er noch so klein, er zieht noch weiter kreis an. Wo Gottes große Liebe in einem Menschen fällt, da wirkt sie fort in Tat und fort hinaus in unsere Welt. Ein Funke, kaum zu sehen, entfacht der helle Flammen, und die im Dunkeln stehen, die ruft ihr Schein zusammen. Wo Gottes große Liebe in einem Menschen brennt, da wird die Welt um nicht ergeht, da bleibt nichts, was uns zählt. Nimm Gottes Liebe an, du brauchst dich nicht daran zu sein, denn seine Liebe kann in deinem Leben kreisen ziehen, und fühlst dich, dass dein Leben und selbst in die Kirche plant, bist du hinaus, als die Erlust, denn Gott führt dir die Welt. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!